Oh Mann, was soll ich jetzt mit den alten Handys machen? Es ist ein super neuer Handy auf den Markt gekommen. Es ist super cool, genial. Es kann alles und alle wollen. Hallo. Oh cool, ich muss mir gleich kaufen. Grüezi, was wollen Sie? Grüezi, ich habe gerne ein super neuer cooles Handy. Ja, dann ein Handy. Danke. Oh Mann, was soll ich jetzt mit den alten Handys machen? Juhu, hey genial, bringen Sie Ihre Handys drauf. Du siehst heute wieder mal blendend aus. Ja, ich weiss, ich fühle mich auch blendend. Warum fühlst du dich denn so blendend? Ich habe heute mein Handy für einen guten Zweck gespendet. Für was für einen guten Zweck denn? Damit die in Afrika keinen Rohstoff mehr abbauen müssen für unsere Handys. Aha, das könnte ich auch mal probieren. Ja, du musst auch mal ausprobieren. Danach fühlst du dich richtig blendend. Das könnte ich auch mal ausprobieren. Ich bin jetzt mit dem Handy an. Lass auf die Handy spenden. Aha! Alte Handyspende! Hallo! Hi, geht's gut? Ja, und dir? Ja, mir auch. Ich muss so etwas sagen, ich habe eine mega coole Handysammlung, die ist sehr gross. Ja, behinne sie doch zurück, das ist viel gescheide. Äh, was meinst du damit? Ja, an gewissen Sammerstellen kannst du deine alten Handys zerhippen und sonst brauchst du ganz viele Hörstoffe. Aha, das habe ich gar nicht gewusst. Ich glaube, das muss ich auch mal machen. Ja. Tschüss. Ciao. Ich komme hin. Grüezi. Grüezi. Kann ich hier alte Handys zurückbringen? Ja. Ah, ok. Danke. Da sind ganz viele Menschen nicht hergelegt. Ade. Ade. Und du? Wo wirst du deine Handys zurückbringen? Danke. Danke.